Ladies and Gentlemen, Raymen, Legends, Challenge Time! Ja, dieser Part wird ein bisschen anders sein. Wir werden diesen Part gar nicht schneiden und einfach eine Stunde aufnehmen und das auf YouTube hochladen. Falls es euch gefällt, gut, wenn es nicht gefällt, dann klickt weiter. Also die Kampagne mache ich danach weiter. Okay, ja, Herausforderung, die liebe Britney, mein Mod und Zuschauer und Kollegin, sie hat fleißig geübt. Also so falsch, das ist so, so falsch. Ja, sie hat heute so viel gespielt und geübt und mal gucken, ob ich gewinne gegen sie. Hier findest du jeden Tag neue Herausforderungen. Erklimme die Ranglisten, um am Ende der Herausforderung einen Pokal zu gewinnen. Pokale bringen dir Punkte ein, die deine Genialitätsstufe steigern. Wo? Welche war das jetzt? Das war diese tägliche Herausforderung, genau. Oho, ich glaube, das war das, ne? Wo bist du? Wieso bist du nicht da drin? Britney, wo bist du? Meine Freunde. Boah, ich hab keinen. Aha, okay. Aha. So, Murphys Katakomben. Anscheinend müssen wir einmal gespielt haben, damit wir... Also, wenn ich einmal getroffen werde, ist es so, wenn ich einmal getroffen werde, ist fertig. Ne? 40 Meter, 132. Oh nein, ich... Was ist das? Schweizer auf... Ich hätte gerne Türkei genommen, aber... Egal. Go! So, Ladies and Gentlemen, betet. Dass wir die liebe Britney schlagen. Dieser Challenge wird sehr hässlich. Genial. Wo genial? 158. Okay. Okay. Komm so... Aber wo bist du? Du bist gar nicht drin, Britney. Du bist gar nicht drin. Nimmst du auf, ne? Keine Ahnung. Warte. Ja, guck mal bei dir. Muss man Freundschaft schicken. Guck doch mal. Musst du schon gehen. Nein! Wut, 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 wut. So. Oha. Schon gut, oder? Seid ihr zufrieden? Natürlich. Seid ihr. Ihr müsst. So. Oho. Nein. Alter. Ich habe dir eine Anfrage geschickt. Wo kann ich das anschauen? Ich kann nicht raus. Ich muss nochmal machen. Hast du mir, äh, in, äh, Raymond, hast du mir, äh, Freundschaft geschickt, Britney? Oder wie? Also es kann auch sein, dass wir zwei Stunden machen. Es kann auch sein, dass wir drei Stunden, vier Stunden, also ich meine, Challenges machen. Falls ihr Lust habt, ja, schaut hier. Falls nicht. Falls ihr nur die Kampagne sehen wollt, kann ich auch verstehen. Macht die einfach, äh, ne? Müsst ihr das nicht anschauen. Also das ist jetzt für die YouTube-Zuschauer, meine ich. Aber, ich finde es irgendwie schon spannend. Also es macht sowas von süchtig. Die Stunden, die Stunden kann man nicht zielen. Wie Minuten, ohne Witz. Das hier macht extrem süchtig. Das glaubt ihr gar nicht. Also es ist viel, äh, es ist fast besser als das Hauptspiel. Oho. Ja, gleich mach ich. Ich geh dann raus, damit, ähm, damit die Freundschafts- Anfrage gekommen ist, oder so. Ja, aber zusätzlich mal den Rekord brechen. Hahaha. Ja, ja, so ist das Leben. Da hört die Freundschaft auf. Ne? Da hört die Freundschaft auf. Hahaha. Da hört die, oha. Nein. Doch. Pass, ey. Alter, dieser Frosch ist so schnell. Nein. 8,070. Also, jetzt rausgehen. So. Und jetzt? Wieso sehe ich dich nicht? Wieso, wieso, wieso? Ja, ich werde das jetzt so machen. Wir werden eine Stunde Challenge spielen und dann werde ich das einfach auf YouTube hochladen. Falls ihr Lust habt, falls es euch gefällt, ne, würde es mich freuen. Falls nicht, auch gut. Vergiss nicht zu liken, falls es euch gefällt. Also, es gibt ein paar kleine Probleme und das ist, die Brittany ist leider, obwohl wir Freunde sind, in dem Spiel, ist sie nicht drin. Selber Problem anscheinend, wie es aussieht. Sie ist nicht drin. Mama, Papa, alle sind da, aber Brittany ist nicht da. Aber sie wird uns immer wieder sagen, wie viele Punkte sie hat und dann können wir uns messen, ne, und wir hoffen, wir gewinnen. Ja. Das wird auch das einzige Rayman-Folge sein, wo ich eine Stunde veröffentliche. Also, die Challenges werden wir ab und zu machen. Also, keine Kampagne und, äh, ja, es gibt die wöchentliche, die tägliche, anscheinend. Ja, werden wir ein paar mal aufnehmen. Schauen wir mal. Wenn es gut ankommt, kommen weitere. So. Also, mein Rekord ist ja 870. In dem ersten kurzen Challenge Run habe ich, äh, haben wir eine Lösung gesucht und deswegen konnte ich nicht eine Stunde aufmachen, und haben wir, mussten wir neu anfangen, jetzt. Oh, scheiße. Nein, tot. Wo tot? Wo? Okay. Und sein Ziel ist 1000. Also, warte, ein Kilometer. Meine ich. 1000 Meter. Ja. So. So kann man auch viel in Lobbys gedienen, ne? Das ist schon schön. Das ist schon schön. Oh. Oh, das war knapp. Den habe ich auch kaum gesehen. Oh. Alter. Ich muss konzentrierter sein. Oh nein. Oh. Durch. Nein. Oho. 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 Okay. Leif gut, leif gut. Nein. Oha. So, jetzt langsam eng. Ich weiß es. Oho. Hier sitzt langsam eng. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiß auf die Lumis. Hauptsache. Ne. Hauptsache. Durchkommen. Oho. Nein. Im Forum steht noch, du sollst die Geister ausmachen. Könnte helfen. Bei was könnte es helfen? Also, Britney hat 1.185. Geister ausmachen. Wie? Also, damit sie drin ist bei mir, meinst du? Manfred. Ja, und wie geht das? Wie kann man das ausmachen? Ich bin jetzt am aufnehmen. Äh, Britney, kannst du bitte mal schauen, wie man das machen kann? Und dann mir sagen, dann kann ich das direkt machen. weil ich nehme jetzt auf. Ich habe keine Lust jetzt zu suchen. Oh. Also, Britney hat 1.185. 1.185. Ne. Jetzt wissen wir, wie viel wir brauchen. 1.200. Ich habe es. Ich habe das für dich geübt. Stundenlang. Nein. Schein. Oh. Guck mal. Nicht mal 300. Drück. Plus. Okay, ich drücke mal Plus. Ich will endlich mal spielen. So, und jetzt? Hauptmini. Nein. Aber im Spiel. So sagst du es nicht direkt, in einem Satz. Da muss ich nicht extra rausgehen. So. Geister alle. Freunde. Aha. Nein. Brock. Ich bin mein eigenes Freund. Und jetzt mach ich mal aus. Keine. Soll ich keine lassen? Oder soll ich Freunde? Aber da sehe ich nur mich selber. Wir sind keine Freunde anscheinend. Obwohl wir Freunde sind. Mit Britney. Auch hier im Spiel. Auch auf Nintendo Switch. Ich glaube es sind selber Probleme. Niemand. Alter. Schon wieder. Nee. Geht nicht. Geht ja immer noch nicht. Keine. Oh Gott. Ich glaube es einfach nicht. Was ist los? Was ist los? Wo Challenge? Wo? Okay. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Oh. Jetzt muss gehen. Jetzt. Muss es gehen. Wie? Ich meine. Nein. Oh. Geh weg! So. Oho. Oha Also wir brauchen eine 1.200, ne? 1.185 hat Britney. Ja, das ist nicht so schwer. Ich denke, das schaffen wir. Ich fühle schon, wie sie spielt. Seit heute Morgen. Ja, normal. Sie will gewinnen. Verstehe ich. Ich werde gewinnen. Es geht um Freundschaft. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, meine Zuschauer sind für mich. Aber naja, hat nicht so ausgesehen. Hat nicht so ausgesehen. Alle sind für sie. Schon, schon. Oh nein. Fuck. Ja, ja, ja. Nein, noch nicht, glaube ich. Nein, nein. Manfred, nein. Es ist noch nicht. Aber ich bin automatisch online, oder? Britney, falls du nicht spielst, gerade. Falls du nicht alles gibst, gerade. Hä? Sich alles angeben. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich fühle es. Ich muss sehr konzentriert sein. Weil ich will heute noch Xenoblade aufnehmen. Wir müssen heute das schaffen. Sonst, ne? Versteht ihr? Ich will heute das Schmuck-Blüfe. Sonst, ne? Was dengar? Nein. Be早? Ach, ja, momentan will ich schon. Nicht schlecht. So schnell. Juchu. so 700 gut 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 wir schaffen das jetzt ich fühle nein nein 1015 was 1232 du bist so falsch verschreckt mich ein wenig nein es lohnt sich manfred wirklich nintendo switch ist voll gut spiele und alles also kann ich dir empfehlen aber sowieso nicht so online also nintendo spiele sind ja nicht nicht so online wie sagt man also man kauft nicht nintendo spiele zum online zusammenspielen anscheinend sagen viele ich weiß nicht klingt komisch aber ich bin ich spiele irgendwie zurzeit lieber auf der auf der nintendo switch anstatt auf der playstation komisch aber ja so jetzt schaffen wir es wir müssen das schaffen vertraut mir vertraut nein oh scheiße jetzt habe ich den falschen knopf gedrückt ja mario kart aber läuft ja auch ohne probleme mario kart läuft läuft gut ich schau jetzt mal ob sie drin ist nein das ist definitiv ein fehler würde ich sagen sie ist nicht drin ja schauen wir dann das nächste mal ja weil ich will jetzt da weitermachen und schön aufnehmen und die liebe britney besiegen guck sie schreibt gar nicht mehr im chat weil sie am kämpfen ist da guck sie sich oder 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 Was ist das? Nein, so ein Mist. Schon wieder an derselben Stelle. Ne, leider hat es nicht geklappt. Tut mir leid, aber wir wissen, wie viele Punkte sie hat. Seit heute Morgen hat sie geübt anscheinend. Aber kein Problem. In dieser Stunde werde ich das schaffen. Oh nein, wir haben hier noch 45 Minuten Zeit. Egal. Schauen wir mal. Mach, mach, mach. Okay, die Hälfte. Fangen wir fast. Nein, ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Jetzt vielleicht. Oh. 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 Scheiße. Oh, 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 oh. Oh nein, oh, oh. Komm. So. Glück gehabt. So, jetzt. Komm, komm, 600. So, 800. Juhu, juhu, 800. Gelogen. Betro. Wir schaffen mehr. Oh, du bist so ein. Wäre mir nicht wichtig. Ja, Nintendo Switch ist halt nicht dafür. Aber Mario Kart ist ja gut gelaufen. Wir haben ein paar Stunden aufgenommen, da nebenbei. Und dann, also da gab es keine Probleme. Aber es ist halt, ich weiß nicht. Heute habe ich das in einem YouTube-Video gehört. Wer Nintendo Switch kauft, muss da keine großen Online-Multiplayer-Erwartungen haben. Anscheinend. Wieso sind alle immer so schneller? Guck mal. Ist schon komisch. Gibt jemand der Letzte irgendwie? Nein. Oh, mein Finger ist gebrochen. Oh. Der Nintendo Switch-Controller finde ich am besten. Ohne wird es besser als Playstation-Controller, besser als die Xbox One-Controller. Voll aber. Voll. Wirklich. Kann ich jedem empfehlen. Ist wirklich mega qualitativ. Nicht so gut wie die Xbox One Elite. Aber, tut mir leid, aber ist auch mega teuer. Den habe ich doch geschlagen. Oh, so ein Mist. Jetzt stresst mich das natürlich. Stresst mich doch. Gerüchte gehen rum. Was? Meinst du? Kann ich mir nicht vorstellen. Wäre schon geil. Ich dachte, Dark Souls 3 kommt für die Nintendo Switch raus. Habe ich gedacht. Aber ist ja auch nicht so. Boah. Das war knapp. 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 Ich bin jetzt mal ein Mist. Da drin bin ich doch nicht. So. Endlich. Nicht da gestorben. Komm, komm, komm. Du schaffst das. Ich muss mich motivieren. Oh nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Wäre schlecht. Wurscht. 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 Ich hoffe, Dark Souls 1 kommt für die Nintendo Switch raus. Kann es mir nicht vorstellen. Wieso nicht eigentlich? Jedes Spiel kann rauskommen. Wäre schon geil. Also ich würde es auch kaufen. Okay, komm. Ich bin. Ey. Wo? Ich muss tausende Mal schauen. Kost可mm. ige Reaktionen zu schaffen. Voll schlecht bin ich dran. Kann mich nicht konzentrieren. Wieso? Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Ich mache 500. Voll schlecht. Alter, voll schlecht. aus prinzip ja ja voll aber ich habe heute skyrim vergleich gesehen mit playstation 4 also nintendo switch von playstation 4 und playstation 3 und ich muss sagen irgendwie sieht sogar playstation 3 skyrim besser aus als das von nintendo switch irgendwie sieht so ein bisschen schärfer aus irgendwie schon krass wenn das so ist ich meine okay playstation 4 klar aber wenn die playstation 3 auch das aussieht das ist dann schon ein bisschen schlecht dürfte nicht sein aber egal ich habe es trotzdem gekauft weil auch wenn das spiel schlechtere grafik hat wollte ich es trotzdem haben werde ich auch letzt plane und auch im live stream spielen ich hoffe es kommt gut an mal gucken also viel schlechter auch nicht aber man man sieht halt schon den vergleich also da sie sogar als playstation 4 sowieso ist sowieso besser aus aber voll wirklich es sieht so viel schärfer aus aber die playstation 3 also es sieht nicht schlechter aus 1300 nein nein wie kannst du okay so jetzt werde ich bisschen übrig sein versuchen mich zu konzentrieren weil wir dürfen nicht verlieren es geht um erde nein scheiße also ich finde skyrim hat also schlecht ist sie gar nicht am system im gegenteil schon gut klar dazu ist darksauce aber ich mag hat den vampire fürsten das ist so gut aus das sieht genau gleich aus wie der wie die maske wo ich anboxt habe ne falls ihr es gesehen habt weil es nicht auf meinem youtube kanal könnt ihr schauen und ich habe die maske gekauft davon und ja also in skyrim der vampire fürst sieht genau gleich aus also nicht ähnlich er sieht gleich aus eins zu eins zu der hautfarbe alles ne und ja schon deswegen lohnt sich skyrim sich zu kaufen also sich zu holen voll aber voll ich bin verliebt der werwolf sieht auch mega gut aus aber Vampirfürst ist halt was soll ich sagen hat mir klasse der werwolf ist so wie der bauer und der äh Vampirfürst ist der wie soll ich sagen der edle Elite versteht ihr ja oh boah boah okay also sie hat 1300 und etwas gelogen ne ne sie hat so viel sie hat so viel stunden stunden lang geübt ich habe es gewusst sie hat es nicht verdient definitiv nicht aber egal sie werden sie schreien bitte nicht sterben jetzt oh scheiße das war zu knapp aha oh scheiße endlich mal raus von hier oh mach 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 oh nein ich habe gedrückt 1155 Mann ich habe doch gedrückt er hat nicht boah aber ich komme langsam aber sicher wir werden das schaffen ich muss nur ein bisschen aufpassen dort und ruhig sein nicht viel reden bei dem challenge ja leute bei den challenges werde ich nicht so viel reden wie es aussieht ich muss mich konzentrieren wie es Ehre das ist schon wichtig hier es ist da freundschaft auf wo freundschaft ich kenne nicht mal meinen vater der zum challenge geht niemand kenne ich niemand oh ho oh ho okay weg so 830 ruhe besser ruhe besser ruhe besser oh oh nein what the fuck oh ho 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 nein zu spät nein wenn du schlägst bist du schnell meinst du oh scheiße ja hat was und so sind alle schneller ja es ist gut es war nicht schlecht es war nicht schlecht au 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 ok bis gleich Manfred schnell lauf lauf Mario lauf ob es kein morgen gibt oh ho so soo ooo 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 soo bitte 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 sehr wichtig sehr wichtig wir müssen gewinnen bitte wir müssen gewinnen scharmutter ich hab doch gedrückt man muss 15 minuten vorher drücken aaaaaaah so ein Mist hey stress mich jetzt hm hm okay lauf lauf ok 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 das kommt schon oh 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 scheiße 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 gib 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 Jaja, das war so knapp, Leute. Das war so knapp, Brutal. Oh, das war so knapp. Na, wieso? Wieso? Sega? Wieso? Magst du Sega? Magst du Sonic? Kennt ihr diesen... Wie heißt der? Sonic? Glaubt ihr mir? Ich habe das noch nie gespielt. Noch nie. Dann ist das Spiel für die Nintendo Switch rausgekommen. Da habe ich gedacht, ja, ich hole es. Kann ich mal holen und so. Mal ein bisschen streamen. Und da habe ich die Bewertungen gesehen. Mega schlecht. Mega schlecht. Voll. Was soll ich dann das kaufen? Alle, wo sogar Fans sind und so, mega enttäuscht. Und auch Bewertungen. Mega schlecht hat das bekommen. Und ja, dann habe ich es nicht geholt. Das war die einzige Möglichkeit, dass ich jemals das Spiel kaufen würde. Und dann, ne? Klar, wenn es 10 Euro ist oder so, kann man, ne? Vielleicht zuschlagen. Aber ein Nintendo Switch Spiel, 10 Euro? Ich weiß nicht. Glaube ich nicht. Unbedingt. Die sind schon teuer. Die Nintendo Switch Spiele, teurer als die Playstation 4 Spiele, ne? Also ich meine jetzt diese, zum Beispiel Raymen, ist teurer. Oder, okay, sind auch neu raus. Aber sogar Skyrim. Voll teuer. Ich habe 60 Franken bezahlt. Nein, 64. Für Skyrim. Für Xenoblade Chronicles 2 habe ich 69 bezahlt. Also nicht Euro, Franken, ne? Ja, aus der Schweiz. Und für Andy Sni. Will ich gar nicht sagen. 44, 90. Also, die Spiele sind schon mega teuer. Bei Nintendo Switch. Und günstiger werden sie auch nicht unbedingt. Als so Nintendo Spiele, ne? Dauert immer Jahre, bis man anständig günstig wird. Alter. Nein. Tschüss. Was war das? Okay, wir kommen langsam rein. Hallo Rex-Kopf. Knopf. Hallo Rex-Knopf. Papi. Hallo Manfred. Willkommen nochmal. Leute, vergiss nicht zu liken, falls euch die Videos gefallen auf meinem YouTube-Kanal. Bei den Challenges werde ich immer so machen. Eine Stunde lang. Also, ich werde die aufnehmen. Eine Stunde. Und dann direkt hochladen. Und bei den Kampagnen so 20 Minuten. Wie üblich. So. Stirb. Oho. Unser Ziel ist 1400. Ich glaube, das wird nichts. Die Britta hat zu hart geübt. Sie hat zu hart geübt. Was soll ich sagen? Ja. Super Mario überall. Sie übt. Und sie sagt immer, sie hat keine Zeit. Sie muss viel schneiden. Wo schneiden? Wo schneidest du? Wo schneidest du? Gelogen. Betrogen. Ja, das ist halt so. So ist das Leben. Mann, Mann, Mann. Ich bin mir sicher. Offline, ohne zu aufnehmen, würde ich das locker schaffen. Aber jetzt irgendwie, ne? Wenn ich rede und alles. Ist einfach so. So. Jetzt sind das Ausreden, ne? Normal. Nein, ich rede gleich. Geh weg. Oh, geschafft. Oh mein Gott. So. Jetzt bitte. Wenn möglich. Scheiß auf die Lum Lum. Lumis. Oh mein goodness. Alter. Das war so übel langsam. Dass es nicht normal ist. Oh mein Gott. Aha. Neuer Rekord. Ich kotze gleich. Wie weit hat er mich getroffen? Guck mal. Wie weit hat er mich getroffen? Hey, M Gamer. Hallo. Wie geht's? Willkommen. Hallo, hallo. Nein. Ich kotze gleich. Sonic war auch nie meins. Alter. Der hat riesen Reichweite gehabt. Ich hab den locker gesehen. Hab gelesen, seit dem Update gibt's Probleme mit den Freunden in der Liste. Na toll. Na toll. Wir haben auf uns gewartet, ne? Aber nein. Das ist so scheiße. Ich hab den locker gesehen. So, jetzt schaffen wir's. Jetzt schaffen wir's. Jetzt schaffen wir's. 1400 ist Maxim. Alles andere interessiert mich nicht. Ich hab ihn wirklich gesehen. Und ich wusste auch was ich machen muss. Der hat riesen. Äh. Äh. Weit. Äh. Reichweite hat er. Voll aber. Voll. Deswegen hab ich, äh. Bin ich auch gestorben jetzt. Meine Güte. Ich hätte sofort rücken müssen. Riesenfehler. Aber voll. Ich glaube gerade. Schreiber. Mit. Wo? Wo? So. So, 800. Juhu. So, jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Aber voll. So. Nein Scheiße Ich habe gedacht, ich kann dort schweben Nach oben, also So viel Lüftung, ne? Shit, shit, shit Come, come So Ich glaube es nicht Hallo, nevermind, hallo, willkommen Sie ist 1300 und etwas Leute, noch 20 Minuten und dann machen wir Xenoblade Chronicles 2 Aber ich sage es jetzt schon, ich mache nicht lange, allzu lange, weil ich bin voll müde, aber voll, wirklich Also richtig, richtig müde Aber ich will es unbedingt mal spielen, ein bisschen Deswegen Alter Ja Oha Oha Oh Gott, das war so knapp Ui, okay Nein Geh weg Geh weg Na, oh So, 700, 700, 800 Juhu Ich kann nur reingehen So Jetzt So, so, jetzt langsam Langsam spielen jetzt Tausend Tausend Nein Ich hab den Nein Bin jetzt Könnten wir das schaffen Dann Mann, 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 ey So, jetzt oh shit das war knapp aber böse knapp nicht normal nicht normal definitiv Reimen Legends definitiv Leggings Leggings so Leggings wenn du so weitermachst Ge weg so oho tausend gleich jetzt muss ich aufpassen da bin ich jetzt paar mal gestorben so unverdient halt oh mein Gott wird geschafft Alter was soll ich machen ich drücke da Kreis ich habe Kreis gedrückt dieser scheiß Frosch er hat das nicht gemacht ohne scheiß Ups ich wollte gar nicht rein Hä was ist jetzt passiert Alter ich habe gedrückt ich habe ich gehe nochmal raus gleich Britney ich habe gedrückt oh scheiß ich gehe dann gleich raus wenn ich verliere ja nein nein wirklich was hätte ich Meter nein nein nicht egal ich gucke gleich oh mein Mann 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 egal kein Problem jetzt schaffe ich mich ja ja der Frosch war da hinten er kam nicht an wirklich so jetzt gehe ich mal raus Freunde Freunde mein Land da ja wo bist du guck geht nicht ist nicht da geht nicht ne so ein scheiß schauen wir mal so hat Probleme wie du gesagt hast glaube ich auch ich gehe mal ganz raus oh nein ja dieser scheiß dieses dieser scheiß Problem hat auf uns gewartet ganz klar ganz klar 25.000 habe ich jetzt Lumis oha besten Liste wenn ich da gucke ne Freunde wo ist Freunde keine das stresst mich jetzt voll ohne Witz ja scheiße vielleicht die Tage dann ja ja wir gucken ja ich nehme jetzt sowieso Raymond auf können wir immer wieder machen diesen Challenge also es ändert sich ja aber ja du hast 40.911 Lumis ok oh fast doppelt so viel viel gespielt viel gespielt ja 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 ich will mal eine Million haben ich will mal sehen wie das wieder aussieht oder was meint ihr ich will mal sehen wie der aussieht ich habe noch nie gesehen wie dieser 1 Million Mann aussieht ja das ist schon schön also noch 10 minuten haben wir zeit für den challenge ich hoffe die videos gefallen euch was ich sagen wollte und was passiert ist gott will nicht dass ich das sage ich habe keine gegner in mario kart und jetzt in reimen ja ja sie ist schon süchtig ich weiß nein ist okay ich könnte ja nicht aber wir sind im live stream deswegen muss ich sagen ich kenne es hier aber guck mal wie mein stuhl ich weiß auch nicht was passiert ist gleich werde ich das raus und scheiß gleich wird es raus konzentriert geht nicht mehr ist blutet kämpfen komme ich weiter wie man sieht aber vor und mann 600 kommt unser ziel 1400 und So, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Nein! Schnell, nochmal. Ja, ja, wir gewinnen, Lennon, keine Angst. Ich muss einmal da durchkommen. Willst du schon sehen. Nur einmal da durch. Dann gewinnen wir. Ich fühle es. Ich fühle es. Bevor ich die Aufnahme beende. Ey, komm. Okay. 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 Oh So, jetzt, 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 komm Hallo, geht, nix, willkommen, hallo, hallo Ja, fünf Stunden, mindestens Mindestens, hätte ich nicht aufgenommen Okay, das ist jetzt der letzte Versuch Und danach spielen wir Xenoblade Chronicles 2 Falls ihr Lust habt, für die Twitch-Zuschauer Und ich werde es aufnehmen Und morgen, dann, felsenzischen Wir werden eine Stunde Parts machen Das ist jetzt für die Twitch-Zuschauer Also, die YouTube-Zuschauer, die werden das dann schon sehen, gesehen haben Weil Rayman nicht früher veröffentlicht wird, deswegen Okay Oh, fuck Ich muss mich an, aufnehmen, gehen wir Ich- == So, jetzt Ruhe Nein Noch einmal Das zählt nicht Das zählt nicht Okay, jetzt muss ich meine Profi Ich sehe es so, wenn ich ernst bin Konzentration Wisst ihr? Oh Das ist Rayman Legends Kennst du das Spiel nicht? Echt? Nochmal Noch einmal Das letzte Versuch Danach Xenoblade Chronicles 2 Ehrenwort Wie beim Kacken Ja, genau Wie kannst du nun? Nein Das zählt Nein, warte Das zählt auch nicht Das letzte Letzter Versuch Letzter Okay Ladies and Gentlemen Betet Scheiße Oh So Scheiße Nicht schön Das ist nicht schön Hey Mach auf Sieht aus wie Super Mario Ja Wir haben die Klamotten an von Mario Deswegen Aber es ist halt auch ein Jump and Run 2D Schon ein schönes Spiel Auch wenn es mal nervt Wie gerade eben Das ist ein Challenge Gerade Was hier Da machen So So Just Was hier Oh. Also komm Oho Nein Noch einmal Was ist da passiert Ich bin geflogen Alter ich komme da gar nicht durch Was ist das Was soll ich Nicht schön Das ist gar nicht schön Sowas gefällt mir nicht Das Spiel ist schon ein paar Jahre älter Also alt Ja Schon älter ein bisschen Aber Trotzdem sieht das super aus Die Grafik und so Okay für den Nintendo Switch ist sie schon neu Draußen Alter 1400 schaffen wir jetzt Schaffen wir Er macht extra Er will mir auf den Geist gehen Oh scheiß das war knapp So jetzt Aufpassen So 1000 Alter Nein Nein Das ist jetzt wirklich Das letzte mal Oder so Nein Oh Alter Das ist Stressig Das war's für heute. Das war's für heute. Ok Oh Oh Gott Also mein Finger tut schon weh Also Ich habe meine Fingernägel gestern geschnitten Was ist der Grund? So Alter So Jetzt Noch ein einziges Mal Und dann ist gut Naja die Grafik ist schon wichtig Das Auge spielt mit definitiv Aber klar ist Es ist nicht alles Wenn Dark Souls 1 heute noch mega viel Spaß macht Aber Wenn die Grafik gut aussieht Dann ist schon gut Also habe nichts dagegen 2018 Da erwarte ich schon Dass das Spiel jetzt nicht hässlich wird Also Bei den Indie Spielen Ok aber bei den großen Spielen Ne Ach Sollte man schon Etwas Richtiges rausbringen Ok Das ist jetzt wirklich das letzte Mal Weil sonst Es dauert zu lange Das Video Ich hoffe wir schaffen das Ah So ein Mist einfach Ich würde gerne 5 Stunden jetzt auch Challenge spielen Ehrlich gesagt Wirklich Habe ich ja auch schon Ne Und dann habe ich die Britney geschlagen Ich glaube sie weiß es noch Oh nein Oh nein Nur 2 Stunden Ne ne das wird das letzte Mal Dementsprechend spiele ich vorsichtig Und versuche Und versuche Aber Aber Challenge Alleine Macht irgendwie mehr als Spaß Also nein Spaß nicht aber Macht süchtig Definitiv Ok Ok Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020